Du bist, was du isst, ist eine häufig zitierte Weisheit. Da ist es nicht verwunderlich, dass eine Vielzahl von Skandalen in den letzten Jahren die Verbraucher aufschreckte. Von Pestiziden und anderen giftigen Rückständen in Lebensmitteln, über Pferdefleisch in der Lasagne bis hin zum Rinderwahnsinn BSE. Kommt jetzt ein weiterer mit den ganz offiziell genehmigten Insekten in Lebensmitteln hinzu? Die folgende Dokumentation zeigt die erschreckenden Risiken und finanziellen Interessen an diesem Insektengeschäft. Im Januar 2023 wurden von der EU mit der Hausgrille und den auch als Buffalo-Würmer bezeichneten Larven des Getreideschimmelkäfers weitere Insekten in Nahrungsmitteln zugelassen. Dies führt zu einem Aufschrei vieler besorgter Verbraucher in den sozialen Medien. Mehlwürmer und Wanderheuschrecken sind ja bereits seit 2021 in verschiedenen Verarbeitungsformen in einer Vielzahl von Lebensmitteln erlaubt. Wie zum Beispiel in Brot, Müsli, Suppen, Nudeln, Snacks, Schokolade etc. Die Mainstream-Medien versuchen natürlich wieder unter Berufung auf Experten, uns diese für Europäer eher ekelerregenden Krabbeltiere schmackhaft zu machen. Und wie so oft muss dafür der Klimaschutz und die angebliche Ernährungssicherung einer steigenden Weltbevölkerung herhalten. Interessanterweise die gleichen Medien, die noch vor wenigen Jahren eindringlich vor den Risiken von Insekten in Nahrungsmitteln gewarnt hatten. Ein plötzlicher Sendelswandel, der an den 180 Grad Schwenk der Medien bezüglich Corona erinnert. Im Januar 2020 wurden noch diejenigen diffamiert, die Corona für gefährlich hielten. Ab Februar dann alle, die es nur für eine Grippe betrachteten. Grund genug, mal genauer hinzuschauen, was sich hinter diesem aktuellen Insektenhype verbirgt und welche möglichen Motive der Öffentlichkeit nicht genannt werden. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es auch für die Insektenbeimischungen eine EU-Verordnung. Dieser ist zu entnehmen, welche Insektenbestandteile wie verarbeitet und in welcher Menge wofür verwendet werden dürfen. Auch, dass sich die EU bei der Zulassung auf die vom Hersteller bereitgestellten Informationen und Studien bezieht, die natürlich dem Eigentumsrechten und dem Datenschutz des Herstellers unterliegen. Was einen wieder an die Zulassung der Corona-Impfstoffe erinnert. Laut diesen EU-Verordnungen dürfen zum Beispiel Getreideriegel 25% und Molkepulver 35% Pulver der Larven des Getreideschimmelkäfers enthalten. In Fleischanalogprodukten, bei denen die meisten Verbraucher davon ausgehen, dass diese nicht tierischer Herkunft sind, können sogar bis zu 40% Getreideschimmelkäferpaste und bis zu 80% gefrorene Wanderheuschrecke enthalten sein. Will der Konsument auf diese Mogelpackung nicht hereinfallen, so bleibt nichts anderes übrig, als bei jedem Produkt akribisch die Zutatenliste zu lesen. Sollte dort einer der folgenden Begriffe auch taufen, sind Insektenbestandteile enthalten. Locusta migratoria, die Wanderheuschrecke, Archeta domesticus, die Hausgrille, Tenebrio molitor, der Mehlkäfer, Alfitobius diaperinus, der Getreideschimmelkäfer. Schon länger in unseren Nahrungsmitteln üblich und häufig in den Zutatenlisten zu finden, sind der Farbstoff Carmin E120, der aus getrockneten weiblichen Schildläusen gewonnen wird, sowie das Überzugsmittel Shellac E904. Dieses entstammt den Ausscheidungen von Lackschildläusen, woraus früher auch Schallplatten hergestellt wurden. Weitere Insektenarten sind zur Beimischung in die Nahrung geplant, befinden sich aber derzeit noch im Zulassungsverfahren, wie zum Beispiel die männliche Honigbienenlarve und die schwarze Soldatenfliegenlarve. Insekten werden zum Beispiel in der Gesundheitsrubrik der Tagesschau mit Bezug auf die Welternährungsorganisation FAO als eine sehr nahrhafte und gesunde Nahrungsquelle mit einem hohen Gehalt an Eiweiß, Vitaminen, ungesättigten Fettsäugen, Beilaststoffen und Mineralien angepriesen. In der Übersichtstabelle der Tagesschau auf Instagram werden dazu noch deutlich höhere Nährwerte von Grillen gegenüber denen von Schwein, Rind und Huhn gezeigt. Mit einem kleinen Schönheitsfehler. Dort wurden die Werte von gefriergetrockneten Grillen mit Frischfleisch verglichen. Schaut man bei der FAO direkt nach, sieht das Verhältnis jedoch ein bisschen anders aus. Dort sind Grillen im korrekten Verhältniswert gleichfalls als Frischgewicht nur mit 8 bzw. maximal 25 Gramm Eiweiß je 100 Gramm angegeben. Also nur ein Achtel bis maximal ein Drittel dessen, mit dem die Tagesschau den Vorteil gegenüber Fleisch suggerieren wollte. Insektenprodukte in europäischen Haushalten lösen weder die Ernährungskrise in Afrika noch die Probleme unserer Massentierhaltung. Solche Aussagen entsprechen eher dem Wunschdenken von Ideologen oder der Feder von Marketingstrategen. Die Afrikaner können sich die europäischen Insektenprodukte gar nicht leisten und der Anteil afrikanischer Landwirtschaftserzeugnisse für die europäische Futtermittelindustrie ist verschwindend gering. Es wird für die Ernährungssituation in Afrika dadurch keine Entlastung geben. Im Gegenteil ist zu befürchten, dass durch den vermehrten Konsum von Insektenproteinen in der EU die dann überschüssigen Fleischprodukte zusätzlich nach Afrika exportiert werden, was die dortigen Kleinbauern noch mehr unter Druck setzen und deren wirtschaftliche Situation weiter verschlechtern dürfte. Die Insekten werden auch nicht in der Natur eingefangen, sondern auf speziellen Farmen gezüchtet. Derzeit entsteht in Frankreich eine 16.000 Quadratmeter große Insektenanlage, für die bisher nur als Futtermittel zugelassene schwarze Soldatenfliege. In dieser mehr als zwei Fußballfelder großen Insektenfabrik sollen jährlich bis zu 70.000 Tonnen organische Reststoffe verfüttert werden. Massentierhaltung pur, mit allen entsprechenden Problemen und Risiken. Und ohne irgendwelche Vorschriften oder Auflagen, da die Europäische Tierschutzrichtlinie 9858EG nicht für die Haltung von wirbellosen Tieren gilt. Auch wie von der Süddeutschen Zeitung behauptet, dass der unersättliche Appetit der Larven für den Menschen bei der Abfallbeseitung nützlich sein kann, wenn sich die Maden an Gülle, Mist oder Gemüseresten satt fressen, ist ebenso unappetitlich wie falsch. In der EU gelten gezüchtete Insekten nämlich als Nutztiere und damit auch die entsprechenden Futtermittelvorschriften, nach denen tierische Nebenprodukte nicht verfüttert werden dürfen. Grund dafür sind die in früheren Krisen im Zusammenhang mit Futtermitteln wie beim Rinderwahnsinn BSE. Aber es sollte sich dennoch niemand falsche Hoffnung machen. Viele Insekten werden in Asien unter den dort üblichen Hygienestandards gezüchtet. Und in der EU gibt es Stimmen, die eine Änderung der Futtermittelverordnung fordern, sodass den Insekten dann auch schlussendlich Gaststättenabfälle und Fäkalien und Klärschlamm verfüttert werden dürfte. Oder vielleicht auch altes, zu entsorgendes Styropor, was von Mehlwürmern nicht verschmäht wird. Wie so oft sind auch hier die Folgen für die späteren Konsumenten ungeklärt. Drittens gesundheitliche Risiken Aufgrund der in der Praxis fast nicht zu kontrollierenden hygienischen Verhältnisse bei der Haltung besteht das Risiko, dass Krankheitserreger oder Parasiten auf den Menschen übertragen werden. Von Mehlwürmern sind zum Beispiel Hymonolepsis nana und Hymonolepsis diminuta, zwei Arten von Zwergbandwürmern, bekannt. Neuere Studien zeigen bei Insekten, die in Thailand verzehrt werden, einige für Menschen pathogene Bakterien, wie zum Beispiel Vibrio, Staphylococcus oder Clostridium. Und das nicht nur im rohen Zustand, sondern auch in verarbeiteten Insektenprodukten. Das in den Insektenpanzer reichlich vorhandene Chitin kann zudem Allergien auslösen. Für Menschen, die gegen Krebstiere, Hausstaubmilden oder Weichtiere allergisch sind, bestehen besondere Risiken durch sogenannte Kreuzallergien. Die Symptome reichen vom Juckreiz bis hin zum allergischen Schock und können auch zum Tod führen. Bei 18 Prozent der in China an einem anaphylaktischen Schock verstorbenen Menschen waren Insekten als Nahrungsmittel die Ursache. Ferner kann Chitin zu immunologischen und entzündlichen Reaktionen führen und wird mit der Entstehung chronischer Krankheiten und Alzheimer in Verbindung gebracht. Dies bestätigen die erhöhten Chitinwerte, die bei Alzheimer-Patienten festgestellt werden. Die sehr fettreichen Insektenlarven sind auch ein idealer Speicher von Schadstoffen, sowohl wie Rückstände von Spritzmitteln wie Pestiziden und Fungiziden, aber auch Umweltgiften und Schwermetallen. So wurden bei Untersuchungen je nach Insektenart mehr oder weniger große Mengen an Cadmium, Blei, Quecksilber und Aseen nachgewiesen. Spätestens wenn den Insekten dann tierische Abfälle verfüttert werden, besteht beim Verzehr ein weiteres Risiko. Prionen. Das sind anormale Proteine, die Krankheiten wie die Bovine Spongiforme Encephalopathie, kurz BSE, bei Rindern und die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit bei Menschen auslösen können und durch den Skandal um den Rinderwahnsinn bekannt wurden. Nach den Erfahrungen mit den laut Experten angeblich nebenwirkungsfreien Corona-Impfungen dürfte es die wenigsten aufgeklärten Menschen beruhigen, dass Forscher derzeit davon ausgehen, dass Insekten nicht in der Lage seien, Prionen zu bilden. Sicher wissen sie es aber nicht, schon gar nicht, wie die Risiken beim Endverbraucher dann aussehen. Es drängt sich auch der Eindruck auf, dass die Politik die Gesundheit der Bevölkerung wieder einmal aufs Spiel setzt und sich darüber auch im Klaren ist, wie bei einer der Absätze in der Getreides-Schimmelkäfer-Zulassung vermuten lässt. Dort heißt es, Nahrungsergänzungsmittel, die Larven von Alphytobius diaperinus in Pulverform enthalten, sollten nicht von Personen unter 18 Jahren verzehrt werden, weshalb eine Kennzeichnungsvorschrift zur ordnungsgemäßen Information der Verbraucher hierüber vorgesehen werden sollte. Für die Lieferung der Insekten hat jeweils eine Firma für fünf Jahre die Exklusivrechte bekommen. Wo ist der sonst so viel beschworene freie Markt- und Wettbewerb? Auffallend ist, dass die Insektenunternehmen meist erst vor wenigen Jahren gegründet wurden, Investoren aber schon mehrere hundert Millionen Euro investiert haben. Allein die 2011 gegründete Firma Insect, die jetzt die Zulassung für den Getreides-Schimmelkäfer bekam, hat bisher rund 450 Millionen US-Dollar von Investmentfonds, Banken und öffentlichen Einrichtungen erhalten. Diese Investoren wollen selbstverständlich eine Rendite dafür sehen. In der demnächst im französischen Amiens in Betrieb genommenen Insektenfarm sollen dann bis zu 200.000 Tonnen Insekteneiweiß für Lebens- und Futtermittel pro Jahr produziert und damit rund eine Milliarde Euro eingenommen werden. Niemand würde in solche Start-up-Unternehmen investieren, wenn die nötigen Zulassungen fraglich sind und die Produkte zumindest in Europa überwiegend auf Ablehnung stoßen. Außer jemand hat Einfluss auf politische Entscheidungen und die nötigen finanziellen Mitteln, um das Verbraucherverhalten entsprechend zu beeinflussen. Lockdowns, geschlossene Geschäfte und zusammengebrochene Logistikketten während Corona haben eindrücklich gezeigt, wie fragil eine globalisierte und zentrale Versorgung ist. Vor allem im Lebensmittelbereich bietet die regionale Versorgung eine größtmögliche Sicherheit, die zudem durch kurze Wege ökologisch auch sinnvoll ist. Die Ziele des WEF und dessen strategischer Partner werden uns zwar als ökologisch präsentiert, sehen aber genau das Gegenteil vor. Diese favorisieren für den Reset von Lebensmitteln und Landwirtschaft Projekte mit gentechnisch veränderten Organismen, im Labor hergestellten Proteinen sowie die immer stärkere Verknüpfung von Arzneimitteln, Chemikalien und Nahrungsmitteln, was zwangsläufig zu einer deutlich stärkeren Kontrolle und Abhängigkeit von den beteiligten multinationalen Konzernen führt. In Verbindung mit den großen Stiftungen wie dem Wellcome Trust, der Rockefeller Foundation und der Bill & Melinda Gates Foundation wird gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel dem ETH Forum, einer globalen Plattform für die Transformation des Lebensmittelsystems, politisch Einfluss genommen und ein entsprechender Markt geschaffen. Laut Frédéric Leroy, Professor für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie an der Universität Brüssel, arbeitet das ETH-Netzwerk eng mit einigen der größten Fleischimitatoren zusammen. Deren Ziel ist es, gesunde und nahrhafte Lebensmittel durch gentechnisch veränderte Laborkreationen zu ersetzen. Dazu sollen auch die Vorschriften für gentechnisch veränderte Lebensmittel entsprechend angepasst werden, um zum Beispiel die Möglichkeiten des Gen-Editing noch besser nutzen zu können. Dazu den Partnern von ETH, Pharmaunternehmen, Impfstoffhersteller und Biotechunternehmen gehören, sowie vom Saatgutproduzenten über den Spritzmittelhersteller bis zum Lebensmittelkonzern die gesamte Lebensmittelkette mit an Bord ist, kann sich jeder leicht ausdenken, dass damit nicht die kleinbäuerliche Landwirtschaft vor Ort gestärkt wird. Es würde den Rahmen dieser Sendung sprengen, diese finanziellen und strategischen Verflechtungen sowie die für viele befremdliche Agenda dahinter weiter auszuführen. Nachfolgend stellen wir deshalb nur die daraus resultierenden Risiken mit den heute schon bestehenden Möglichkeiten kurz dar. Aktuell läuft in Kanada das Zulassungsverfahren für eine Fruchtfliege, die genetisch so verändert wurde, dass sie Wachstumsfaktoren bildet, die normal nur in Kühen vorkommen und das Wachstum von Kälbern unterstützen. Es ist eine Frage der Zeit, bis gentechnisch veränderte Insekten oder Pflanzen mRNA-Impfstoffe produzieren. Bill Gates arbeitet bereits daran, mit dem Ziel, dass statt mittels Spritzen Massenimpfungen Überlebensmittel möglich sein sollen. Auf diesem Weg würde sich dann auch eine Bevölkerung mit bestimmten gewünschten Merkmalen schaffen lassen. Einen gentechnisch veränderten Lachs gibt es in den USA bereits seit 2015. Dieser enthält ein Wachstumshormon, damit er schon nach 18 statt erst nach 36 Monaten schlachtreif ist. Für solche Anwendungen sind Insekten geradezu prädestiniert. Genveränderungen sind bei Insekten relativ leicht machbar und dank deren Wachstumsgeschwindigkeit und hohen Vermehrungsrate ist auch eine Massenproduktion kein Problem. Fazit Es kommt auf jeden von uns an. Durch sein natürliches Ekelempfinden spürt jeder Mensch, dass etwas für ihn nicht stimmig ist. Dieser Schutzmechanismus wird dadurch umgangen, dass die Insekten in verarbeiteter Form den Lebensmitteln beigemischt werden und mit den entsprechenden Medienrummel das Thema ideologisch positiv besetzt wird. Es ist zu befürchten, dass es wie bei den vielen Lebensmittelskandalen in den letzten Jahren auch bezüglich der Insektenbeimischung nur einen kurzen Aufschrei in den sozialen Medien gibt, aber keine grundlegenden Veränderungen. Was muss noch alles passieren, bis der Mensch sich wieder auf sein intuitives Empfinden verlässt und es ein grundlegendes Umdenken gibt? Weg von den mit allen möglichen und unmöglichen Stoffen designten Nahrungsmitteln, wieder zurück zu natürlichen regionalen Lebensmitteln? Auf konzernaffine und Lobbyisten hörige Politiker braucht man dabei wahrscheinlich gar nicht zu zählen. Es liegt letztendlich einzig an den Verbrauchern, ob sie sich auch diese Produkte mit fadenscheinigen Argumenten unterjubeln lassen oder den regionalen Lebensmittelversorger unterstützen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Warten bis wie in dem Science-Fiction Soylent Green die Proteine aus menschlichen Leichen gewonnen werden? Wer das für abwegig findet, den Vorschlag dazu gab es schon. Sinnigerweise auf einer Gastronomie-Messe vom schwedischen Hochschulprofessor Magnus Söderlund. Der will in Bezug auf Klima- und Nachhaltigkeitsfragen nichts unversucht lassen. Es kommt auf jeden von uns an. Bitte helfen Sie mit, diese Hintergründe und Risiken bekannt zu machen. Motivieren Sie Ihre Freunde und Bekannte, die Lebensmittelbetriebe damit zu konfrontieren. Denn nur gemeinsam haben wir Menschen noch eine Chance, weitere globale Fehlentwicklungen zu verhindern. Besten Dank für Ihr Mitwirken. Besten Dank für Ihr Mitwirken.